Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich hatte ja eben schon mal eine Begrüßung gemacht, jetzt allerdings hier auch mit der Aufzeichnungsfunktion. Dieses Webinar wird am Ende dann auch bei YouTube hochgeladen. Heute unter anderem mit den Themen nochmal den Alarmmanager bzw. grundlegend will ich darüber sprechen, wie man Alarme hier in den Chart legen kann, wie man diese dann auch verändern kann. Das ist eben eine sehr, sehr wichtige Funktion, die ich persönlich auch für mein Trading nutze, um dann eben auch entsprechende Kursbereiche oder meistens sind es eben Kursbereiche hier daran erinnert zu werden, wenn der Markt dorthin kommt, um dann gegebenenfalls dort auch Handlungen zu vollziehen. Das werden wir durchgehen. Wie gesagt, das Ordern werden wir durchgehen. Wie mache ich das? Relativ herkömmlich werden hier dann mal die bestimmten wichtigen Dinge dazu durchsprechen, dass es eben so für mich eigentlich einfach wie möglich gehandhabt wird. Wir werden mal darüber sprechen, wie man externe Indikatoren einpflegt in den Metatrader, wie man diese dann auch zum Anzeigen bekommt. Und Positionsgröße, ganz wichtig, will ich heute mal ansprechen. Also jeder Markt hat ja eben eine andere Wertigkeit sozusagen, sprich 1 ist nicht gleich 1. Also wenn ich hier zum Beispiel 1 als Positionsgröße im Euro-US-Dollar wähle und 1 als Positionsgröße zum Beispiel im DAX wähle, dann ist das ein himmelweiter Unterschied. Da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man hier auch die Positionsgröße erstmal grundlegend versteht. Wir werden mal als Indikator, als Add-on Indikator mal die Korrelationsmatrix uns anschauen, wie zieht man die rein, wie kann man die erstmal zur Anzeige bringen, wie kann ich sie dann auch einstellen und vor allem, wie kann ich sie werten. Darüber werden wir sprechen und wenn wir es schaffen, dann vielleicht auch nochmal die Miniterminal und natürlich eure entsprechenden Fragen hier zum Metatrader. Also es gibt ja den Metatrader 4 und 5, das kennt ihr und auch ihr kennt das schon aus dem letzten Webinar. Ihr habt die Möglichkeit natürlich hier über die Website, was sich allerdings zum letzten Webinar geändert hat, der Broker JFD Brokers an sich bleibt und blieb bestehen, nur der Name hat sich geändert. Ich hatte es im letzten Mal, glaube ich, schon erwähnt oder zumindest auch in den Livestreams, denn JFD hat ja kürzlich dann auch eine Bank gekauft und ist daran, euch als Kunden eben mehr und mehr Möglichkeiten bezüglich eurer Geldanlage, eures Investments, eures Tradings eben wirklich zu bieten. Und somit wurde hier jetzt der Name von JFD Brokers zur JFD Bank umbenannt. Somit hat sich dann auch die Website geändert von JFD Brokers.com zu JFD Bank.com. Aber ihr kommt natürlich nach wie vor auch erstmal mit dem JFD Brokers Link natürlich auf diese Website von der JFD Bank.com. Und hier hat sich dann erstmal eigentlich grundsätzlich gar nichts geändert. Ihr habt hier die Möglichkeit auf den Punkt Trading zu gehen, dann hier hinten rechts auf den Punkt Metatrader 4 oder Metatrader 5, wenn ihr entsprechend dort drauf klickt, kommt ihr dann entsprechend wiederum zu einer Anmeldemaske bzw. erstmal nochmal zu einer Informationsseite. Wenn man dann hier ein kleines Stück nach unten scrollt, kommt man hier, sie haben noch kein JFD Konto. Wenn man hier drauf klickt, kommt man dann nochmals zu einer Unterseite und hier will ich dann auch schon aufhören. Und das haben wir in dem letzten Webinar ja dann besprochen. Hier hat man dann die Möglichkeit, entweder direkt schon ein Live-Konto zu eröffnen oder erstmal ein Demokonto, dann entsprechend den Metatrader 4 oder den Metatrader 5 herunterzuladen. Ich persönlich empfehle, vorsichtig, ja aber hier kann ich ruhig eine Empfehlung aussprechen, das ist ja keine Handelsempfehlung. Ich empfehle an der Stelle wirklich dann, wenn man jetzt startet mit dem Trading, wenn man sich mit dem Metatrader noch nicht so sonderlich auseinandergesetzt hat. Der Metatrader 4 und der Metatrader 5, die unterscheiden sich grundsätzlich nur in wenigen Punkten. Aber in meinen Augen sind die Punkte, in denen sie sich unterscheiden, größtenteils positiv und nicht negativ. Somit würde ich hier auf jeden Fall sagen, okay, wenn man mit dem Metatrader startet, sollte man gleich den Metatrader 5 nutzen. Denn man hat hier im Metatrader 5 die Möglichkeit, können wir uns gleich nochmal anschauen, in der Marktübersicht, sich grundsätzlich hat diese Software die Möglichkeit, viel mehr dort anzeigen zu lassen. Und da JFD Brokers ja mittlerweile auch eine Vielzahl an Aktien anbietet zum Handel und hier eben auch physische Aktien, also wirklich richtige, echte Aktien. Und das ja wohlgemerkt zum Nullpreis. Also ihr habt ja hier die Möglichkeit, rechts auf diesen Button kostenlos zu gehen. Wenn ihr dann wiederum auf den Punkt mehr erfahren geht, kommt ihr wiederum auf eine Unterseite, die es euch erklärt, warum und weshalb. Und das ist eben hier bei JFD Brokers in der Tat so ist, dass Aktien kostenlos gehandelt werden können. Und hier habe ich ja auch immer gesagt, physische Aktien, also keine CFDs auf Aktien, was es ja auch gibt, sondern wirklich reelle physische Aktien können kostenlos gehandelt werden. Dann die Informationen dazu findet ihr dort, wie gesagt, wenn ihr hier dann eben zur Anmeldung kommt, ein Live-Konto oder ein Demo-Konto im Endeffekt anmeldet, würde ich eben empfehlen, den Metatrader 5 zu wählen. Weil es einfach die neuere Variante ist, die sich nicht nennenswert zur MT4 unterscheidet, aber den einen oder anderen kleinen Punkt doch der Verbesserung hat, inklusive, dass eben dort alle möglichen Aktien, da wird eben zukünftig auch noch mehr kommen, dann zum Anzeigen oder angezeigt werden können. Und von daher, wie gesagt, der MT5. Ich aktuell arbeite auch in den Livestreams immer noch mit dem MT4, werde das aber auch dann in den nächsten Monaten irgendwann mal umstellen. Das ist im Endeffekt auch nur eine Gewohnheitssache. Man muss sich die Shards im Endeffekt wieder so einstellen, wie man das hier hat. Also man hat eine kleine Arbeit, aber grundsätzlich ist das jetzt nicht nennenswert. Wir sehen hier den MT4 und wenn ich jetzt hier den MT5 schon mal aufmache, seht ihr, dass sich hier diese ganzen Icons, die sich teilweise dann auch auf der linken Seite befinden, dann eben auch auf der rechten Seite befinden, ob es nun die Zeiteinstellungen, also die Zeitperioden sind oder eben das Einfügen von Linien und so weiter. Das ist grundsätzlich alles gleich, nur dass man so ein paar kleine Mini-Unterschiede hat und es sind auf jeden Fall Unterschiede, gerade was zum Beispiel die Zeiteinheit angeht. Also hier zum Beispiel mal vorweg, das hatten wir beim letzten Mal schon besprochen, aber für diejenigen, die sich jetzt das allererste Mal mit den Metatrader-Funktionen grundlegend auseinandersetzen, ihr habt hier zum Beispiel, oder wir starten mal im MT4, hier hat man wirklich nur die Möglichkeit im Chart zwischen der Zeiteinheit Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, Stunde, 4 Stunden, 1 Tag, 1 Woche und 1 Monat zu wechseln. Ich kann mir jetzt zum Beispiel den DAX im Monatschart anzeigen lassen, da kommt nicht sonderlich viel an Daten, Moment, wir machen mal den Wochenchart, da sieht man wenigstens ein bisschen mehr, zack, so, ja, das sind jetzt hier Wochen, ja, dann eben natürlich den Tagesschart, 4 Stundenchart und so weiter. Also man hat diese Möglichkeit lediglich, man muss sagen lediglich im MT4, aber im MT5 hat man mehr Möglichkeiten. Man geht hier dann einfach auf den rechten Maustasten, einfach nur die rechten Maustasten hier irgendwo in den Chart rein und geht dann auf Periodizität und hat hier jetzt die Möglichkeit, auch eine Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, aber dann eben, wenn man hier auf Minuten geht, seht ihr, dass man hier dann auch noch 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 6, 10, 12 und so weiter an Minuten einstellen kann. Auch wenn man auf den Punkt Stunden geht, hat man 2 Stunden, 3 Stunden, 6, 8, 12 Stunden, also man hat hier noch mehr Zeiteinheiten zur Einstellung und das ist nicht ganz so uninteressant, denn auch ich schaue mir zum Beispiel manchmal, das hängt auch von der Volatilität ab, den Markt ganz gerne, gerade für Einstiege, für das Justieren der Einstiege eben auch mal auf dem 2 Minuten Chart an und da hat man bis dato im MT4 nur die Möglichkeit wirklich 1 Minute oder 5 Minuten. Also das sind so Nuancen, die mir schon einen kleinen Vorteil für mein Handeln oder zumindest nutze ich es persönlich dann auch. Ich habe ja nicht nur eine Chartsoftware, ich habe ja noch andere Chartsoftware und deswegen ist es für mich jetzt nicht so akut, aber ich denke, dass ihr dann lediglich den Metaträder habt, das reicht auch völlig aus und wie gesagt, hier habt ihr im MT5 entsprechend dann diese Möglichkeiten, das dann im Endeffekt einzustellen. Ich gucke mal kurz schon mal, da kommt die erste Frage, sind denn die Aktien auch Dividenden berechtigt und wie wird dies dann verbucht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich aktuell nur halbwissend beantworten kann, werde mir sie aber notieren und wenn du möchtest, Steve ist es hier wahrscheinlich an dieser Stelle, Ich schreibe mal kurz in den Chat, müsste man gleich sehen, meine E-Mail-Adresse rein und dann werde ich dir entsprechend zu dieser Frage, Moment, zack, so, jetzt müsstet ihr auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse sein, mir gerne dazu die Frage stellen und ich würde dann diese Frage, die endgültige Antwort zu dieser Frage auch reinholen und dann im Endeffekt euch zuschicken oder diejenigen, die sie hören wollen, dann natürlich entsprechend zuschicken, meine E-Mail-Adresse klebe-trading.de, mega, in diesem Fall mit Doppel-E, wer es jetzt nicht sieht, also schreibt mir dazu gleich und dann werde ich beantworten, ob diese Aktien dann oder wie das mit der Dividende ausfällt, wenn dann hier eben eine Dividende ausgeschüttet wird. Also das jetzt erstmal so die wichtigsten Punkte und dann gehen wir mal gleich zu dem Punkt, wie man denn Alarme einstellt, denn ich habe das immer wieder oder mache das immer wieder in den Livestreams, gerade wenn ich eben darüber spreche, über einen Markt spreche, aber vorher vielleicht den einen oder anderen Markt analysiert habe und gerade im Daytrading ja wirklich Situationen kommen und wenn sie dann wieder weg sind, weil der Markt eben einen wichtigen Kaufbereich vielleicht nur kurzzeitig testet, ich aber gerade eben irgendwie zehn Minuten an einer anderen Stelle festsitze und über einen anderen Markt zum Beispiel spreche, ist es mir auf jeden Fall schon sehr, sehr häufig passiert, dass potenzielle Chancen mir wirklich abhandengekommen sind. Und da hat man eben die wunderbare Möglichkeit und das ist für euch natürlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, man kann das im MetaTrader 4 oder im MetaTrader 5 machen, das ist in beiden Plattformen im Endeffekt gleich, einfach die rechte Maustaste auf den Punkt Handeln gehen und dann kommt hier neben den Orderarten, was wir jetzt auch gleich noch durchsprechen werden, kommt hier der Punkt Alarm und an dem Punkt, wo ich jetzt hier die rechte Maustaste klicke, also wirklich in der Höhe, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten, aus welchen Gründen auch immer, einen Alarm haben will, wo jetzt meine Maus ist, rechte Maustaste, dann auf den Punkt Handeln und auf Alarm und dann seht ihr, hier unten ist jetzt der Alarm drin, den kann ich natürlich jetzt auch noch verschieben, indem ich wirklich hier auf diesen Alarm die Maus raufhalte, dann seht ihr in dem Moment, wo wirklich der richtige Punkt erreicht ist, zeigt hier dieser Mauszeiger nochmal so einen kleinen Minipfeil, der nach oben und unten zeigt, in dem Moment, wenn das passiert, einfach die linke Maustaste drücken, gedrückt halten und dann habt ihr die Möglichkeit, diesen Alarm entsprechend dann natürlich hier auch nochmal anzupassen. Ihr habt ebenfalls die Möglichkeit, wenn ihr wieder mit der Maus hier drauf geht, dieser kleine Pfeil kommt, rechte Maustaste, entweder löschen, deaktivieren oder eben ändern gehen, dann kommt hier im Endeffekt ein Fenster und hier könnt ihr zum Beispiel dann auch nochmal sagen, okay, der Wert zum Beispiel, ich möchte hier, habe jetzt grob den Alarm da reingelegt, dann mache ich es zum Beispiel so, wenn ich exakt 11.300 jetzt hier im Prinzip an diesem 11.300er Punkt erinnert werden möchte, dann kann man hier zum Beispiel nochmal feinjustieren, im Endeffekt die Wertigkeit. Wertigkeit, ihr könnt hier eben sagen, wird kleiner als der Wert oder auch gleich, Zeit, beziehungsweise größer, kleiner, also hier kann man dann eben nochmal auswählen, was wirklich passiert werden soll und was sehr interessant ist, ihr habt hier die Möglichkeit entsprechend dann verschiedene Töne im Endeffekt auszuwählen und was hier noch interessanter ist, ihr könnt im Endeffekt auch jeden Ton wählen, ja, also ihr könnt hier eben auch selbst Töne aufnehmen zum Beispiel, nehmt ihr einen Ton auf Kaufbereich im DAX, ja, und dann könnt ihr den entsprechend dann in den Ordner schieben, dafür geht ihr hier rechts einfach mal, ja, also hier in diesem Feld, da ist rechts nochmal so ein Feld mit drei Punkten, da klickt ihr rauf und jetzt landet ihr in diesem Ordner, wo im Endeffekt diese Töne drin liegen, könnt ihr hier oben verfolgen und den Ton, den ihr dann aufgenommen habt, den zieht ihr einfach, das sind hier Wave-Dateien, den zieht ihr hier einfach in diesen Ordner rein und dann habt ihr eben die Möglichkeit, dann nicht nur zwischen diesen Tönen auszuwählen, sondern dann eben entsprechend sogar noch eure eigenen Töne hier mit dazu zu haben und dann könnt ihr von Markt zu Markt euch unterschiedliche Alarme mit unterschiedlichen Tönen reinlegen und das erleichtert schon auf jeden Fall die Handhabung enorm, ja, und das ist auf jeden Fall für euch auch eine Möglichkeit, weil man ist ja oft gewillt, dann auch, wenn es eben keine nennenswerten Situationen gibt, wo man eben handeln sollte, dass man dann anfängt, irgendwelchen Mist zu machen, ja, und wenn man eben aber weiß, okay, wenn dann möchte ich nur da agieren oder nur da agieren oder nur in diesem Markt agieren, wenn das und das passiert, dann habt ihr da eben die Möglichkeit, das alles mit Alarmen sozusagen zu versehen und wenn dann Alarme aufkommen, dann wird entsprechend hier eben das auch lospiepen und dann könnt ihr dann im Endeffekt eure Orders reinlegen oder eure Handlungen oder wenn der Markt, für mich ist es ja so, dass wenn der Markt jetzt hier im Endeffekt nach unten kommt, das ist das, was wir jetzt quasi auch in dem Livestream eben besprochen haben, im Livestream US Opening Bell, der ja hier täglich um 15.55 Uhr stattfindet, ich werde mal hier noch mein Zeichenwerkzeug dazu nehmen und hier ist jetzt der charttechnische Gedanke, wenn jetzt hier im Endeffekt der DAX oder aber, das ist von heute Morgen noch, ja, oder eben das Gleiche habe ich auch im S&P oder teilweise habe ich im Gold, glaube ich, auch noch einen Alarm drin, hier war der Gedanke, wenn der Markt sich etwas konsolidierend bewegt, hier in diesem Bereich, ganz knapp unter die Marke von 600, ja, so war mein Gedanke, dann eben entsprechend den Markt auf der Long-Seite zu handeln, ja. Also wirklich erst, bedingt dessen, da hier so eine scharfe Aufwärtsbewegung ist, eine leichte Konsolidierung abzuwarten in ein, ja, charttechnisch wichtiges Niveau und wenn der Markt dort hinkommt, dann soll eben der Alarm auftönen, dann will ich mir die Situation angucken und dann eben hier unten idealerweise für den Kauf im Prinzip aktiv werden. Das ist dann heute im Prinzip ein bisschen anders gekommen, als wir das wollten. Wir haben dann auch auf der anderen Seite unser Geld verdient, also mehr auf der Abwärtsseite als auf der Aufwärtsseite, aber das war heute zum Beispiel der Gedanke. Jetzt habe ich denen ja eben den Alarm hier unten nur aus Spaß reingelegt, die geht mal wieder rauf, rechte Maustaste und Alarm löschen und dann ist der Alarm wieder weg und so lege ich mir Tag für Tag Alarme rein. Bei mir ist es so, dass wenn dieser Alarm fünfmal angelaufen wurde oder der Bereich sich dann eben, ja, der Markt eben eine gewisse Zeit in diesem Bereich ist, dann kommt dieser Alarm fünfmal und dann löscht er sich danach automatisch. Das ist, glaube ich, sogar auch die Grundeinstellung. Jetzt kommen wir zu dem Ordern und da hatten wir ja eben dann schon mal geschaut, also die Ideen, die Auswertung, warum und weshalb man jetzt irgendwo kaufen möchte oder verkaufen möchte, die wollen wir hier natürlich nicht besprechen, aber es gibt ja natürlich die verschiedensten Analysemethoden und so weiter, warum man jetzt kauft oder verkauft. Wir schauen gleich mal hier auf den US-Markt. Der ist zum Beispiel sehr, sehr schwach, sehr, sehr stark. Entschuldigt, der ist nicht sehr, sehr schwach, sondern der ist sehr, sehr stark. Und jetzt wollen wir hier mal gleich so ein paar Ideen einfach mit Orders belegen. Ich muss nur aufpassen, dass diese nicht gefüllt werden, denn ich bin hier nicht in einer Demo-Variante, sondern ich habe hier ein Live-Konto dahinter stecken. Und hier sollte jetzt irgendwas, was ich jetzt nur zeigen möchte aus Spaß und Freude, definitiv nicht eintreten. Deswegen werden wir jetzt auch diese ganzen Prozedere wirklich vernünftig durchgehen. Und das Erste, was hier wichtig ist, ist eben die Positionsgröße, was auch gleich noch eine Thematik werden wird, über die wir sprechen. Ich sagte ja schon eingangs, dass eigentlich jeder Markt gesondert bezüglich der Positionsgröße betrachtet werden sollte. Nicht nur aufgrund dessen, dass die ATR, also die Schwankung, unterschiedlich ist und zum Beispiel ein Dow Jones sich am Tag aktuell auch mal schnell 200, 250, 300 Punkte bewegt. Also man hat hier eine relativ große Chance, auch von diesen 300 Punkten mal etwas mitzunehmen auf der einen oder anderen Seite. Es bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass ich entsprechend mit etwas größeren Stops arbeiten sollte. Im DAX zum Beispiel ist es aktuell so, dass der sich lediglich in etwa so 120, 130 Punkte durchschnittlich am Tag bewegt. Also ungefähr halb so viel wie der Dow Jones. Und somit etwas weniger Stopgröße benötigt, aber auch etwas weniger Chance bietet. Was einfach im Umkehrschluss bedeutet, ich persönlich im Handel handele teilweise im DAX etwas größere Positionen als im Dow Jones, weil einfach, wenn ich einen Stop setze, ja, der Stop zum Beispiel im DAX 20 Punkte groß ist, dann ist es so, dass höchstwahrscheinlich in der gleichen Situation im Dow Jones der Stop so 30, 35, vielleicht sogar 40, 45 Punkte groß sein sollte. Warum das so ist, das kann man zu einem anderen Zeitpunkt mal besprechen, aber das bedeutet, wenn ich in etwa mein Risiko gleich halten möchte, dass ich entsprechend dann vielleicht nur mit dem 1,5-fachen oder mit der Hälfte oder mit 75% der Positionsgröße im Dow Jones unterwegs sein sollte, als entsprechend im DAX. Und wie ändere ich das? Das ist die einfachste Möglichkeit, hier oben auf diesen kleinen Pfeil zu klicken. Das ist im Metatrader 5 dann ähnlich. Wenn wir da mal hingehen, dann haben wir hier oben auch so zwei kleine Bildchen. Ja, und hier muss man im Metatrader 5 dann dieses Bildchen mit blau und rot wählen, beziehungsweise hier im Metatrader 4 im Endeffekt diesen Pfeil. Und jetzt kommt hier ein Order-Fenster, wo ich im Market relativ schnell kaufen und verkaufen könnte und habe hier oben die Möglichkeit, meine Positionsgröße einzustellen. Jetzt ist diese 32 definitiv zu hoch für die meisten von uns als Positionsgröße für den DAX, weil das würde schlussendlich bedeuten, wenn ich jetzt hier mit einer Positionsgröße von 32 CFDs diesen DAX hier kaufe, der aktuell bei 11.688 rangiert. Und wenn er jetzt hier zum Beispiel auf 87 fällt oder auf 86 fällt pro Punkt, also von 87 auf 86, wäre das ein Unterschied plus oder minus von 32 Euro. Das ist eine ganze Menge. Ja, und wenn man weiß, okay, der Stop, der sollte hier grundsätzlich Pi mal da um 20 Punkte groß sein, dann haben wir hier mal kurz bei 20 Punkten Risiko und 32 Euro pro Punkt Wertigkeit hätten wir mal schnell ein Risiko von 640 Euro. Das ist relativ groß für die meisten Konten prozentual, von daher ist diese Positionsgröße hier aktuell zu groß. Man muss hier auch definitiv darauf achten, wenn wir zum Beispiel jetzt hier 32 als Positionsgröße eingestellt haben, ja, und wenn wir jetzt hier dann eben auf den Dow Jones switchen und hier uns dann auch entsprechend die Positionsgröße abändern, dann seht ihr, da steht auch 32. Jetzt machen wir das hier mal für den DAX auf 2, dann gehen wir jetzt hier entsprechend auch wieder zum DAX, öffnen das hier auch wieder, sollte eigentlich, jetzt dachte ich, eine 2 drinstehen, wahrscheinlich erst, wenn man ordert. Aber ihr seht, dass es sein kann, auch wenn ich in dem einen Markt die Positionsgröße abgeändert habe, dass hier oben dann immer noch eine andere Positionsgröße drinsteht, beziehungsweise, wenn ich jetzt hier im DAX mit 2 als Positionsgröße handele, dann zum Dow Jones gehe und da aber vielleicht nur mit 1 als Positionsgröße handeln möchte und hier aber 2 drinsteht, dann muss ich das im Endeffekt abändern. Also jedes Mal, was ich damit sagen möchte, was jetzt eben wichtig ist, sehr wichtig ist für Handlungen und in meinen Augen einer der kriegsentscheidenden Punkte, die Positionsgröße, das Positionsgrößenmanagement, dann sollte man auf jeden Fall dort immer reinschauen, es gibt noch andere Punkte, wo man das einstellen kann. Das muss nicht nur da sein, aber das ist die schnellste Variante, das zu prüfen. Man kann somit eigentlich dieses Feld dort oben immer in jedem Chart offen lassen. Wir haben ja letztens besprochen, warum hier unten im Prinzip Reiter drin liegen, warum man hier unten dann entsprechend zwischen den Märkten wechseln kann, wie man zwischen den Märkten wechselt, wie man neue Reiter festlegt und so weiter. Und jetzt haben wir den DAX, dann haben wir hier den Dow Jones und dann haben wir hier den S&P, das ist das Feld noch nicht offen, da kann man es dann auch aufmachen. Hier steht dann immer noch 32 drin und hier ist es zum Beispiel so, dass hier die Positionsgröße wiederum etwas größer gewählt werden müsste, wenn man wiederum DAX, US, also den Dow Jones und den S&P miteinander vergleicht, weil einfach es hier so ist, dass zwischen 58 und 59 das dann auch nur ein Euro wäre, bei einer Positionsgröße von 1. Also hier Dollar, Dollar, nicht Euro, Dollar, sondern man muss da auch immer noch unterscheiden zwischen Euro und Dollar, aber hier dadurch, dass die Schwankung im S&P quasi viel, viel geringer ist als im Dow Jones oder DAX, kann man hier natürlich mit einer größeren Positionsgröße agieren, wobei 32 hier auch noch etwas zu groß ist für den einen oder anderen, denke ich. Aber hier würde man dann eben, sage ich mal, zum Beispiel 10 machen. So machen wir mal einfach eine 10. Aber jetzt kann man das gleich mal versuchen, wann das sich ändert, wenn ich jetzt hier in dem einen oder anderen Markt ordere und hier wird es wirklich interessant eigentlich, mein Gedanke ist es, dass eventuell die US-Märkte aktuell diese Stärke, die sie zeigen, kurzfristiger Natur nicht ganz halten können und wenn der Markt jetzt hier mal kurz über diese Hochs guckt, dass er dann eventuell nochmals nach unten laufen kann. Das möchte ich allerdings nicht mit einer Order jetzt schon platzieren, wenn der Markt hier kurz rüber geht über dieses linke Hoch, dass wir dann gegebenenfalls hier erstmal nochmal Schwäche sehen könnten. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu handeln. Zum einen würde man jetzt abwarten, wenn die Situation eintritt. Wenn diese Situation eintritt, wäre die schnellste Möglichkeit hier einfach mit dieser Positionsgröße, die jetzt gerade eingestellt ist, einfach hier links auf diesen Zell-Button zu drücken. In dem Moment, weil das ist die schnellste Möglichkeit, in den Markt reinzukommen. Also Zell zu diesem Kurs, der da angezeigt wird, da raufklicken und dann ist man relativ zügig sofort mit 10 CFDs auf den SMP Short im Markt. Würde ich hier auf die Beiseite klicken, wäre man entsprechend sofort mit einer Positionsgröße von 10 auf der Kaufseite quasi unterwegs. Also das ist natürlich die schnellste Möglichkeit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte abwarten, dass der Markt zum Beispiel hier erstmal den Bereich von 60 anläuft, vielleicht in Richtung 62 läuft, möchte hier dann entweder wieder mit einem Alarm erinnert werden, das hatten wir schon besprochen, wie man das macht. Oder aber ich sage mir, ich möchte an der 62 zum Beispiel, aus welchen Gründen auch immer, verkaufen. Also ich möchte da jetzt schon eine Order hinlegen. Also nicht hier Market verkaufen an der Stelle oder möchte auch nicht warten und mit großen Augen auf den Bildschirm schauen und nur warten, wann dann nun endlich diese 62 erreicht wird. Nein, es gibt natürlich eine Möglichkeit, auch schon vorher hier Positionen reinzulegen, um dann entsprechend, wenn der Markt dort hinkommt, eine Ausführung zu bekommen. Und da können wir grob zum Beispiel einfach auch in diesem Bereich 62 mal die Maus hinhalten, die rechte Maustaste klicken, auf den Bereich Handeln gehen. Und jetzt schlägt er mir hier rechts zwei Möglichkeiten vor. Zum einen eine Sell Limit Order oder eben eine Buy Stop Order. Diese zwei Order Möglichkeiten, merkt euch das mal, rechts steht der Sell Limit und Buy Stop. Zwei Order Arten, die ich jetzt dort oben wählen könnte. Als Beispiel gehen wir jetzt mal unterhalb dieses aktuellen Kurses, klicken jetzt hier die rechte Maustaste. Jetzt steht hier bei Handel nur Buy Limit und Sell Stop. Oberhalb steht Sell Limit und Buy Stop. Also unterschiedliche Varianten. Warum ist das so? Bleiben wir nochmal dabei, dass wir hier unten die Maus klicken. Ein Buy Limit bzw. könnte ich jetzt hier lediglich ein Buy Limit positionieren oder ein Sell Stop. Ich könnte jetzt hier unten keine Sell Limit Order reinlegen oder kein Buy Stop. Warum nicht? Weil natürlich eine Sell Limit Order, ein Limit, die Definition für eine Limit Order ist, dieser Kurs oder besser. Also die Definition einer Limit Order ist dieser Kurs oder besser. Und es bedeutet natürlich, wenn ich hier unten eine Limit Order reinlegen würde, unterhalb des aktuellen Kurses, wäre es ja besser, wenn der Markt hier oben den aktuellen Kurs nimmt. Weil natürlich oberhalb diesen Bereiches zu verkaufen, ist nun mal besser. Und von daher kann ich hier unten keine Limit Order reinlegen. So, hier oben aber kann ich eine Sell Limit Order reinlegen oder könnte, und das können wir auch gleich besprechen, nochmal eben dort oben eine Stop Order platzieren, die man zum einen natürlich als Absicherung, als Risikoabsicherung für eine entsprechende Position wählen kann oder aber natürlich auch als Einstieg. Aber da kommen wir gleich dazu. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier entsprechend hier oben eine Sell Order. Wir legen sie mal noch ein Stück weiter hoch, nicht, dass der Markt hochspringt und mich dann ausführt. Wir packen hier oben jetzt eine Sell Order rein. Zack. Das sieht man dann auch relativ einfach. Wir können das mal kurz zusammenschieben, weil da das Bild, wir sehen jetzt hier, Sell Limit, ja, 10 als Positionsgröße, liegt jetzt hier oben im Markt drin. Jetzt wissen wir, okay, wenn der Markt dort hinkommt, dann wird der Markt im Endeffekt hier oben oder werden wir hier oben ausgeführt und zwar mit einer Verkaufsorder und dann sollte idealerweise der Markt fallen, um Geld zu verdienen. Ja, und das wäre auch grundsätzlich jetzt einer meiner Gedanken, den ich heute noch hätte, wenn der Markt hier so ein Stück hochkommt, dass sich der Markt eventuell dann erst mal zum Abend nochmal so ein kleines Stückchen konsolidiert. Das wäre so mein Gedanke. Mal schauen, ob ich das handle, aber wir wissen jetzt, okay, da oben liegt eine Order und die würde dann verkaufen. Jetzt hat diese Order allerdings noch keinen Stop. Man kann das alles schon vorprogrammieren, aber ich will heute mal bei den Basics bleiben. Somit klickt man jetzt hier einfach. Ihr seht, immer wenn diese Maus, wenn ich da raufgehe und die Maus diesen kleinen Pfeil rechts noch bekommt, dann ist die Maus gerade jetzt mit diesem Fall auf der Order, auf dieser gestrichelten Linie. Man hat jetzt die Möglichkeit, den Doppelklick mit der rechten Maustaste zu machen oder mit der linken Maustaste Doppelklick oder rechte Maustaste auf den Button Ändern gehen und jetzt kommt hier so ein Feld. Und jetzt sehen wir, dass aktuell der Preis dieser Order hier, die Positionsgröße kann man jetzt aktuell nicht mehr ändern. Aber das hier aktuell, die Order, die liegt jetzt bei 61,66. Das könnte man jetzt hier entsprechend ändern. Man kann ja auch mit der Maus reingehen und irgendwie 75, 75 draus machen. Moment, das haben wir hier. Da ist ein wenig falsch gemacht. Also da müssen wir jetzt eingeben 2875,75 oder wenn man möchte eben entsprechend dann auch 0,00. Egal was man, man gibt dort den Kurs ein, an dem im Endeffekt der Verkauf aktiviert werden soll und man kann dann hier ein Feld drunter im Endeffekt den dazugehörigen Stop direkt eingeben. Hier einfach mal auf den Pfeil nach oben klicken, dann passt sich automatisch diese Zeile hier unten oder dieses Feld mit dem hier oben eingegebenen Kurs an. Wenn man dann sagt, okay, ich möchte hier als Beispiel einen Stop von drei Punkten haben oder von vier Punkten haben, na logisch, dann schreibe ich hier, wenn ich vier Punkte wähle, einfach dann natürlich eine 79 rein und jetzt habe ich dann entsprechend vier Dollar oder vier Punkte im Endeffekt an Risiko auf diese Positionsgröße. Und wir wissen, wenn man sich das jetzt ausrechnet mit der Positionsgröße 10 und mit dem entsprechenden Abstand, dann weiß ich auf, wie teuer mich das wird. In Dollar, wohlgemerkt, man muss das Ganze dann immer noch in Euro umrechnen. So, und dann kann man hier zum Beispiel auch noch ein Take Profit reinlegen, was ich sehr selten mache und dann klickt man hier unten einfach auf Ändern. Man könnte hier auch noch einen zeitlichen Verfallsstempel reinpacken. Kann man auch machen, mache ich allerdings meistens händisch. Ich nutze schon zeitliche Komponenten als Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich diese Idee fahren würde und würde da oben verkaufen wollen, weiß ich ja, dass der S&P und auch der Dow Jones oder der DAX zum Beispiel Kernhandelszeiten hat. Und wenn ich weiß, okay, hier geht eigentlich so um 18, 19 Uhr ein wenig die Luft raus, dann könnte man hier als Beispiel 19 Uhr als Zeit eingeben und dann würde dann um 19 Uhr diese Order automatisch gelöscht werden, weil ich einfach sage, okay, wenn es bis dahin nicht passiert ist, was ich sehen möchte, dann wird es auch später nicht mehr passieren. Da kann man hier so einen zeitlichen Sternbild noch einpacken. Und dann gehen wir hier unten auf Ändern und jetzt sehen wir das hier im Endeffekt, wir haben ja den Einstiegskurs noch auf 75 geändert. Wir sehen, diese Order steht jetzt noch ein Stück weiter höher und wir sehen darüber, das machen wir mal ein bisschen größer, dass ihr das auch erkennt, Moment, so, zack, wir sehen jetzt darüber hier so einen roten gestrichelten Strich und das ist das Risiko. Ja, das ist der Stopp. Also wenn der Markt hier hinkommt, dann sollte er idealerweise an diesem Punkt, hier auch vielleicht einhergehend mit diesem Widerstandsniveau, sollte der Markt idealerweise drehen, läuft er dann doch noch ein Stück weiter höher, dann wird man hier ausgestoppt, schafft er es hier wirklich zu drehen, hat man hier auf jeden Fall eine gesunde Chance. Also das jetzt erstmal hier zu dieser Orderart und wenn man sich dann noch sagt, dann können wir nochmal kurz ein Take-Profit reinpacken. Wie gesagt, ich mache Take-Profit relativ wenig, wenn der Markt hier hinläuft und dann im Prinzip hier anfängt wieder zu reagieren und dann sagt man sich, okay, wenn der Markt vielleicht hier in diesen Bereich fällt, dann möchte ich aus solch einer Position dann auch mit einem Take-Profit, also dann wird diese Position im Gewinn automatisch geschlossen, dann zum Beispiel rausgehen und wenn man sagt, okay, das ist so vielleicht der Bereich hier um die Marke 52, 2852, dann kann man natürlich dann auch entsprechend sagen, okay, ich gebe hier dieser Position dann eben auch noch einen Take-Profit von 52, und gehe dann hier entsprechend auf ändern und dann liegt hier unten dann für diese Position einen Take-Profit drin. Was passiert jetzt, wenn der Markt im Prinzip oder wenn diese Position hier oben ausgeführt wird, der Markt dann fällt. Ja, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder der Markt steigt dann doch wieder an, würde mich hier oben per Stop rausholen oder der Markt fällt in unsere gedachte Richtung, würde hier unten dieser Take-Profit greifen. In diesem Moment wird entweder, wenn zuerst der Take-Profit gerissen wird, dann wird hier oben dieser Stop gelöscht, automatisch mit der Schließung der Position oder wenn eben der Stop zuerst erreicht wird und der Take-Profit vorher halt nicht, dann wird aber automatisch dieser Take-Profit dann auch mit gelöscht, weil das gehört im Prinzip zu dieser Order, das nennt sich dann One Cancel the Other OCO Order und da wird dann im Prinzip im Endeffekt die Gegenposition oder der Stop oder das Take-Profit dann automatisch mit gelöscht. Somit kann man natürlich mit solchen Gedanken dann auch gegebenenfalls diverse Swing-Trading-Signale vielleicht am Wochenende schon eingeben oder dann jeweils einmal am Tag und dann vielleicht Richtung Arbeit dackeln und dann hat man vielleicht die ein oder andere Order hier im Markt und dann kann man eben schauen, okay, wenn eben Szenario A eintritt, dann wird man vielleicht ausgestoppt, aber wenn es dann eben wirklich so kommt, wie man sich das vorstellt und der Markt dreht dann diesen Punkt und läuft dann erstmal wieder in Richtung Süden, dass man dann eben auch entsprechend im Take-Profit ausgeführt wird. Was ich allerdings dann immer noch mache, ist ja, solche Positionen auch zu managen, also dass ich dann irgendwann anfänge, diesen Stop nachzuziehen. Kann ich jetzt eben nicht so zeigen, weil wir keine Position offen haben. Was ich zeigen kann, ist, man kann jetzt im Prinzip diese komplette Order mit den Abständen des Stops, mit den Abständen des Take-Profits verschieben, indem ich einfach auf die blaue Linie klicke, auf die Order-Linie und diese jetzt wirklich hier, na, zack, dann nach oben oder nach unten verschieben. Jetzt hätten wir sie nach unten verschoben. Jetzt seht ihr, der Stop ist gleich geblieben, der Abstand des Stops ist gleich geblieben, der Abstand des Take-Profits ist gleich geblieben und man hätte jetzt hier eben nur diese Order in Summe komplett verschoben. Ich kann das Ganze eben auch nach oben tätigen, also ich das Ganze nach oben verschiebe. Ich kann auch den Take-Profit einzeln natürlich kleiner machen, indem ich einfach nur auf den Take-Profit gehe. Ich kann hier oben den Stop an sich, Moment, schieben wir mal die Order ein Stück wieder runter, dass ich hier oben an den Stop besser rankomme. Ich kann jetzt einzeln natürlich auch diesen Stop verschieben. Ich kann den jetzt hier größer machen oder im Endeffekt auch kleiner machen. Ja, und wenn ich die Order an sich anpacke, also hier diese blaue Linie, dann verschiebe ich wieder das komplette Verhältnis, das komplette Gebilde. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Ordern im Chart ist eine sehr, sehr interessante Nummer. Man muss nicht mehr immer irgendwelche Felder eingeben und alles. Das ist hier sehr, sehr einfach im Metatrader und man braucht gar nicht in meinen Augen unbedingt zusätzliche Features. Wir sind zwar gerade dabei, hier noch ein interessantes Feature programmieren zu lassen, wo man dann rechter Hand so ein Order-Panel hat. Das haben wir aktuell noch nicht. Das würde den ganzen Prozess noch mehr vereinfachen, aber ich denke, das ist jetzt grundlegend hier schon mal klar geworden. Jetzt kann man diese Position wieder rauslöschen, würden wir auch erstmal machen. Rechte Maustaste auf die entsprechende Order, dann auf Löschen gehen und dann ist erstmal alles wieder raus. So, jetzt können wir hier im US-Markt schauen, wenn man das Ganze jetzt hier im Endeffekt machen würde. Hier oben eine Verkaufsorder, kann man auch direkt auf Sell-Limit gehen, muss nicht auf Handel und dann auf Sell-Limit, das ist genau das Gleiche, sondern kann hier direkt auf Sell-Limit gehen. Hätte dann die Order drin und zack, ist sie schon drin. Ja, also das geht wirklich zack, zack, Order drin, beziehungsweise wenn ich zum aktuellen Kurs einsteigen möchte und verkaufen möchte, dann einfach hier links draufklicken und ruckzuck ist man im Markt drin. Ja, also ich denke, das ist relativ einfach, wenn man es mal gehört hat, relativ simpel. Das Wichtigste ist, dass man zum einen hier entsprechend dann die Ordergröße immer sich anschaut. Es gibt noch dieses Mini-Terminal, werden wir wahrscheinlich jetzt heute gar nicht großartig schaffen, was hier wichtig ist zu beachten. In diesem Mini-Terminal, das ist nochmal eine kleine Erweiterung zu diesem Terminal, was hier ist. Man kann hier dann zum Beispiel einstellen, dass direkt mit dem Klicken hier, mit dem Market-Klicken, dann auch direkt mit dieser Order, die sich dann öffnen würde, direkt schon ein Take-Profit und ein Stop mit drin ist, den man dann individuell anpassen kann. Also da gibt es noch so ein paar mehr Vereinfachungen, aber ich empfehle eigentlich immer nicht zu viel Spielerei zu machen, denn die drei Mausklicks mehr, ja, man konzentriert sich doch etwas tiefgreifender, als alles so extrem zu automatisieren. Von daher sollte es hier auf jeden Fall dem Handel keinen Abbruch tun, wenn man die Schritte nacheinander macht, beziehungsweise dann eben, wenn die Order drin liegt, entsprechend dann auch den Stop und den Take-Profit reinpackt. Das jetzt erstmal zu den Order-Arten und eben auch mal der Abriss dazu, eben zu den Positionsgrößen, dass diese auf jeden Fall erstmal grundlegend unterschiedlich gewählt werden sollten. Jetzt gibt es noch einen großen Unterschied und da gehen wir mal in den Euro-US-Dollar. Wenn ich jetzt hier die Größe 1 wähle, nur die Größe 1, nicht 32 oder 10, was wir jetzt hatten, sondern hier im Euro-US-Dollar die Größe 1 wähle, dann ist das eine relativ große Positionsgröße, denn hier ist es nicht so, dass im Prinzip sich alles um 1 Euro verschiebt, wenn wir hier entsprechend vor dem Komma die 1, die auf 2 wechselt, sondern hier ist es in der Tat so, dass wir mit einem CFD grundlegend 100.000 Euro bewegen würden, wenn hier der Wechselkurs von 1,00 auf 2,00 wechseln würde. Das klingt erstmal viel und kompliziert, was man sich unterm Strich einfach merken muss. Das kann man sich auf ein Stück Papier schreiben oder eben so eine kleine Liste an den Bildschirm kleben, wenn man das eben nicht im Hinterkopf hat. Wenn wir jetzt hier aktuell einen Kurs haben von 1,12, das haben wir hier, 14,3, das ist ja hier unten der aktuelle Kurs, zack, jetzt kann man sich merken, die letzte Ziffer der Wechselkurse sind eigentlich nicht ganz so wichtig, sondern vielmehr ist die vierte Stelle hier im Euro-US-Dollar, im britischen Pfund, auch in anderen Währungspaaren, also da muss man sich wirklich mal mit auseinandersetzen, die Stelle hier ist wichtig, die vierte Stelle nach dem Komma. Wenn sich diese verändert, ja, von 4, also im Endeffekt spricht man ja von 1,12,14 oder im Endeffekt spreche ich, weil man sieht es ja von nur 14 auf 15, also wenn sich jetzt hier der Euro-US-Dollar-Kurs von 14 auf 15 ändert, wären das 10 Dollar bei einer Positionsgröße von 1, also eine Kontoveränderung von 10 Dollar, was ungefähr aktuell Pi mal Daumen eine Veränderung von 8,50 Euro wäre. Sprich, wenn ich hier 1 wähle und einen Stop wähle von, also als Positionsgröße 1 und einen Stop wähle von zum Beispiel 10 Punkten, dann habe ich bereits ein Risiko von in etwa 85 Euro. Das ist eine ganze Menge. Wenn ich hier zum Beispiel 20 Punkte wähle, habe ich mal schnell ein Risiko von 160 Euro, 200 Dollar. Also je nach Kontogröße, ja klar, wenn ich ein 100.000-Euro-Konto habe oder auch ein 50.000, 30.000-Euro-Konto, dann sind natürlich auch Stop-Größen von 80, 90, 100 Dollar oder Euro durchaus akzeptabel. Aber was ja viele ganz gerne machen, die wählen hier nicht nur eine 1, sondern wählen hier schnell mal eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, gar eine 10, dann habe ich natürlich extrem große Schwankungen. Die sind natürlich für den einen oder anderen extremer Nervenkitzel und der eine oder andere möchte das auch. Aber zugegebenermaßen so richtig Sinn macht es nicht. Denn wenn ich ein 10.000-15.000-Euro-Konto habe, dann möchte ich pro Trade eigentlich nicht exorbitant groß verlieren und im Day-Trading oder selbst im kurzfristigeren Swing-Trading ist eine Stop-Größe von einem Prozent in meinen Augen viel zu viel. Ich arbeite teilweise mit Stop-Größen 0,2, 0,3, manchmal 0,5% des Kontos. Was da bedeutet, wenn ich 30.000 Euro habe, dann habe ich trotzdem manchmal Stops in Dollar oder in Euro gerechnet, die bei 80, manchmal 50, 80 oder 100 Euro oder Dollar liegen. Also wirklich extrem klein. Und da ist selbst für mich, wenn die Stop-Größe ein bisschen größer wird, die Positionsgröße von 1 noch relativ groß. Im Future-Hanne ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Da ist ja schon ein Tick, also man spricht hier von einem Tick, das ist die vierte Stelle nach dem Koller, nach dem Komma, sind dann 12,50 Dollar im Euro, US-Dollar im Future-Bereich. Das ist natürlich dann eine ganz andere Größenhausnummer. Hier würde ich hier eben ein bisschen im Endeffekt aufpassen. Und da ist eben 1 nicht gleich 1. In den Indizes ist es relativ einfach. Da haben wir eben, wenn der DAX von 12.000 auf 12.001 steigt und ich habe Positionsgröße 1, dann ist das 1 Euro. Ich habe Positionsgröße 2, dann sind das 2 Euro Veränderungen. Hier in den Währungen, auch im Gold, muss man da sich erstmal kurzzeitig mit beschäftigen, sich eine kleine Liste zurecht machen, die man sich irgendwo ranklebt. Man sollte sich damit wirklich mal auseinandersetzen, dass man im Endeffekt hier die Positionsgröße nicht falsch wählt. Aber das soll jetzt kein Webinar zu Positionsgrößen werden. Es war nur nochmal der Hinweis dazu und vor allem eben die Wichtigkeit, auf die Positionsgröße zu achten. Und was hier, ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier ist. Nein, hier ist es nicht so. In anderen Softwarelösungen, und das ist nicht nur mir, sondern auch schon anderen Leuten immer mal wieder passiert, wenn man dann in diesem Feld hier oben, wo hier 1 steht, wenn man hier den Cursor drin hat von der Maus und dann an diesem Rädchen von der Maus dreht. Das passiert hier nicht. Aber es gibt Softwarelösungen, da ist es so. Man spielt ja gerne mit diesem Mausrädchen. Und wenn dann der Cursor halt in dieser Positionsgrößenfeld drin ist, dann verändert man damit die Positionsgröße. Und man kann sich vorstellen, wenn man so eine halbe Stunde mit dem Mausrädchen hin und her bewegt hat, entweder ist man da zufällig relativ gering noch, aber wenn man Pech hat, kann da auch schon mal eine relativ große Positionsgröße eingestellt sein. Und wenn man dann eben die entsprechende Margin auf dem Konto hat, dann kann man hier auch mal vielleicht statt der geplanten 1 oder 2 mal schnell eine 10 oder 20 haben. Und dann kann man nur hoffen, dass man das relativ zügig mitbekommt, um hier nicht irgendwann mit einem großen verwunderten Gesicht aufzuwachen, weil man vielleicht einen exorbitant großen Gewinn auf einmal auf der Uhr hat oder eben mit einem doch etwas größer als geplanten Betrag in dem Stop landet. Also das ist nur noch mal so eine kleine Anekdote und das ist nicht nur mir, sondern da kenne ich viele Profis, denen das im Endeffekt schon mal passiert ist. Also Positionsgröße beachten. Drei Ausrufezeichen an dieser Stelle. Kommen wir noch mal zu diesen ganzen Indikatoren. Also wenn hier zu Fragen sind, Order-Möglichkeiten, Order-Arten, was hier vielleicht noch der letzte Punkt ist, ganz kurz zu besprechen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, im Euro-US-Dollar, okay, ich möchte jetzt noch nicht shorten, sondern wirklich den Breakout shorten. Also ich möchte hier am tiefsten Punkt, da sind wir noch nicht ganz, sagen, okay, ich möchte noch nicht jetzt verkaufen, sondern erst verkaufen, wenn der Markt hier unten wirklich den Breakout vollzieht. Klassische Breakout-Strategie. Dann kommt man mit einer Limit Order auch nicht weiter, denn man würde ja, das hatten wir ja schon besprochen, wenn ich jetzt hier unten an dem roten Punkt einen Limit Order reinlege, würde die ja jetzt sofort ausgeführt werden, weil aktuell ist ja der Kurs besser. Was kann man jetzt hier tun? Man kann an dieser Stelle dann, auch wenn man mit der Maus dort wieder hingeht, dann bleibt einem da nicht viel übrig. Man hat eben die Möglichkeit, hier zum Beispiel ein Buy-Limit reinzulegen, aber wir wollen ja verkaufen. Und da wir verkaufen wollen, wir wollen ja den Break auf der Unterseite handeln, also den Breakout verkaufen sozusagen an dieser Stelle, dann gibt es ja eigentlich nur die Möglichkeit, die man wählen kann, und zwar ein Sales-Stop, den man dort unten platziert. Das wäre die aktuelle Möglichkeit, den Breakout auf der Unterseite zu handeln. Also hier arbeitet man dann nicht mit Limit Orders, sondern mit der Stop Order auch für den Einstieg. Und hier ist es dann wichtig, darauf zu achten, dass natürlich gerade bei Breakouts, das sind dann immer so die Erfahrungswerte, Breakouts in der Regel finden diese etwas schneller statt, was eben dazu führt, dass man dann gegebenenfalls auch Slippage bekommt, was natürlich im CFD-Bereich genauso möglich ist, wie es im Future-Bereich möglich ist. Und wenn ich dann hier meine Order platziere, wirklich an dem Breakout, dass es dann sein kann, selbst wenn ich die Order jetzt bei 1, 12, 10 oder sowas eingestellt habe, dass ich dann trotzdem eine Ausführung noch etwas tiefer bekomme, bei 0,9, bei 0,8, bei 0,7. Also das kann durchaus passieren. Das hängt jetzt nicht zwingend an dem Produkt CFD, sondern das ist das Gesetz des Marktes. Denn eine Stop Order wird zu einer Market Order und da Breakouts in der Regel relativ zügig stattfinden, kann es in allen Produkten dazu kommen, dass man hier eben entsprechend auch eine, ja, wirklich etwas schlechtere Ausführung bekommt. Ich versuche, solch Geschichten dann immer vorzugreifen und versuche, solch Breakouts zu antizipieren. Also versuche dann wirklich kurz vorher schon in den Markt reinzukommen. Aber wie gesagt, das führt dann auch immer zu weit. Also das jetzt nochmal alles zu Orderarten. Wir kommen mal zu den Add-ons, was ich jetzt hier denke, was relativ interessant ist. Ich schaue nochmal ganz kurz, hier kommt eine Frage. Gibt es eine Gesamtübersicht über alle Positionen, die aktuell offen sind? Definitiv gibt es diese. Schaue auch, Markus, an dieser Stelle gerne mal auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers. Wir können das ganz kurz mal machen und dann gehen wir an der Stelle weiter. YouTube.com Einfach auf Standard YouTube gehen. Aber ich denke, das kennt ihr ja auch schon dann auf JFT oder JFT Brokers suchen. Aktuell heißt es hier dann eben noch JFT Brokers oder man findet den YouTube-Kanal von JFT unter JFT Brokers. Und dann sehen wir hier, das ist schon acht Monate her, da habe ich schon mal so ein kleines Video gemacht zum Meta-Trader. Das ist somit nicht so interessant, aber nach solch einem Bild suchen wir. Denn vor einem Monat, wir gehen hier auf Videos, ja, drauf. Moment, dauert hier bei mir mal so ein bisschen länger. So, und jetzt kommen ja hier die ganzen Videos, die im Prinzip jeden Tag, die Livestreams meiner Seite, von meiner Seite und dann auch von Chris Kämmerer und die hier eben täglich stattfinden. Und dann suchen wir einfach hier mal nach diesem orangenen Bild, was wir gerade gesehen haben. Ja, und das müsste so vor einem Monat sein. Das ist jetzt zwei Wochen. Wir müssen dann ein bisschen weiter nach unten scrollen, denn die Add-on-Webinare finden ja nur einmal monatlich statt jetzt hier in diesem Rahmen. So, und Moment, 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 lädt hier ein bisschen länger. So, orangenes Bild, orangenes Bild. Da ist es. Also, hier haben wir Metatrader 4 und 5 Tutorial, Einführung und Grundeinstellungen. So, und hier wird heute ja der zweite Teil gerade abgedreht, aber hier haben wir im Prinzip diese ganzen Grundeinstellungen und die ganze Einführung schon mal besprochen, bezüglich des Metatraders und zum Beispiel dann auch über diesen Punkt. Der nennt sich im Metatrader 4 Terminal oder es heißt auch im Metatrader 5 so. Es ist hier im Metatrader 4 dieser Button oder entsprechend im Metatrader 5 auf Ansicht gehen, auf Terminal klicken, ja. Und dann kommt man hier auch in so eine Darstellung. Jetzt sieht man hier wiederum, hier hat man lauter Reiter unten, ja. Hier kann man dann die eingestellten Alarme sehen. Ihr seht, hier sind eine ganze Menge Alarme meinerseits eingestellt. Hier kann man sich Nachrichten anschauen, die teilweise von JFT Brokers reinkommen. Dann kommen hier auch nochmal so wie so E-Mails, so ein Posteingang, den man hat, wo wichtige Informationen, gerade hier zum Beispiel schaut mal Market Holiday Kalender 2018, Market Holiday Kalender 2019, also Januar 2019. Sehr, sehr wichtig zu wissen, dann eben hier auch die Aktienverfügbarkeit und so weiter. Also da kommen immer interessante Nachrichten rein. Und jetzt geht man hier zum Beispiel auf Konto History, scrollt hier mal nach unten und sieht jetzt hier die Trades, die jetzt hier stattgefunden haben in den letzten Tagen in diesem Konto. Da seht ihr, dass das Konto hier 25.000 groß ist. Und ihr seht dann hier auf dem Punkt Handel, wir haben aktuell keine Positionen diesbezüglich hier offen. Aber hier sieht man dann, wenn ich offene Positionen habe, auch die offenen Positionen. Rechts sehe ich dann den offenen Gewinn, den offenen Verlust und kann auch hier in dieser Darstellung dann entsprechend den Stop anpassen. Hier, man hat ja die Spalte Stop Loss, man hat die Spalte Take Profit, man hat die Spalte Preis. Und man klickt dann einfach hier doppelt drauf und kann dann hier entsprechend dann auch den Stop einstellen, den Take Profit einstellen. Man kann auch hier in dieser tabellarischen Einstellung oder in diesem tabellarischen Auflistung der offenen Trades, dann hier hinten ist so ein Kreuz und dann kann man auch direkt die Orders schließen. Und hier stehen auch die ganzen Limit Orders drin, hier stehen dann auch die Stop Orders drin. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier so einen Sell Stop reinlege für den Euro-US-Dollar dann und der noch nicht ausgeführt ist, dann ist der hier auch unter den aktiven Orders dann eben auch als, also unter den aktiven offenen Trades, sind das dann eben auch nochmal die offenen Trades oder offenen Orders, die noch nicht ausgeführt sind, die dann ebenfalls hier drin im Prinzip dargestellt werden. Also das ist jetzt hier der Punkt. Okay, perfekt, das reicht schon. Gut, wir kommen nochmal, wir gehen mal hier an die Seite auf den Punkt Navigator. Dann öffnet sich links ein Feld, wo zum Beispiel Indikatoren hinterlegt sind. Wenn man hier mal nach oben scrollt, wie gesagt, man kann hier fast ein komplettes Webinar draus machen. Wichtig ist, auf den Punkt Navigator gehen, dann kommt hier links dieses Feld. Und ihr seht, dass hier dann zum einen JFD entsprechend Indikatoren beziehungsweise Add-ons hinterlegt sind, beziehungsweise hier unten dann eben auch nochmal diese Experten-Add-ons hinterlegt sind. Hier oben hat man zum Beispiel diesen Punkt Order-Historie. Wenn man hier als Beispiel mal auf den DAX guckt, dann seht ihr hier so Striche drin im Markt. Da haben wir hier vorne, Moment, dann auch nochmal so einen Strich. Schauen wir mal hier kurz drauf. Ich zeichne euch das mal ein. Wir haben jetzt hier dann so einen Strich. Hier unten war der Einstieg und hier war der Ausstieg. Denn heute war hier der Einstieg und hier unten der Ausstieg. Ja, das ist ein Long- und Short-Trade. Und das ist die Order-Historie, die man sich im Chart anzeigen lassen kann. Ich kann diese löschen, indem ich hier auf Chart-Funktionen Indikatoren klicke. Dann steht hier JFD Order-Historie. Löschen. Ja, schließen. Und dann sind diese Striche im Chart im Prinzip raus. Ich kann jetzt aber auch hier unter dem Punkt JFD Order-Historie im Prinzip einfach raufklicken auf diesen Punkt. Die linke Maustaste gedrückt halten. Und jetzt schiebe ich im Prinzip dieses Ding einfach nur in den Chart rein, lasse die Maus los. Jetzt kommt hier nochmal so ein Feld, wo ich so diverse Einstellungen dann eben auch immer machen kann. Zu dem, was ich da reinschiebe und klicke auf OK. Und dann ruckzuck sind im Endeffekt hier jetzt diese Striche wieder drin. Ich kann hier einfach optisch zeigen und sehen, was passiert ist im Markt, welche Trades gemacht wurden. Und es kann dann auch zum Beispiel zurückscrollen. Hier haben wir dann mal einen Break-Even-Trade. Und dann ist in dem Konto hier eine ganze Menge nichts passiert. Gucken, wo jetzt hier der nächste Trade kommt. Hier ist nochmal ein Break-Even-Trade. Ja, also da ist, man sieht, hier kommen nochmal so ein paar kleine Gewinne. Also da ist nicht viel passiert hier in diesem Konto in den letzten Wochen, weil ich eben zwei Konten handele. Ja, ist hier einfach in dem Konto nicht so viel passiert, da ist in dem anderen Konto ein wenig mehr passiert. So, also das dazu. Und dann gibt es hier noch, worüber wir kurz sprechen wollten, noch abschließend, die Korrelationsmatrix. Und das ist zum Beispiel auch so ein Add-on, was man hier für den Metatrader von JFD zur Verfügung gestellt bekommt. Und da gibt es ja im Internet wirklich noch und nöcher. Also es gibt so viele Add-ons und Zusatzindikatoren, dass man sich sein Leben lang quasi nur mit solchen Kram, ich muss es teilweise wirklich sagen, weil teilweise gibt es auch wirklich Kram, also sinnloser geht es teilweise nicht. Es sind teilweise schöne optisch aufgebaute Tools, die einem aber wirklich absolut keinen Mehrwert bringen. Und wir wollen ja, oder ich vertrete die Meinung, wenn man irgendwie was nutzt, was als Indikator dasteht oder eben als Add-on dasteht, dass es wirklich einen sinnvollen Nutzen haben sollte. Und da gibt es als Beispiel hier von JFD Brokers zur Verfügung gestellt die Korrelationsmatrix. Die sieht man sich dann auch einfach hier in den Chart rein. Dann kommt hier auch nochmal so ein Fragefenster, man bestätigt das mit OK. Und jetzt kommt hier die Korrelationsmatrix. In meinem Fall, ich habe hier eine sehr, sehr große Bildschirmauflösung. Von daher muss ich hier dann immer die STRG-Taste drücken und das Mausrädchen etwas drehen, dass das etwas größer wird. Bei euch sollte das eigentlich, wenn man keine, was ist das, UHD-Auflösung hat, sondern nur eine HD-Auflösung, sollte das von vornherein passen. So, und man hat jetzt hier entsprechend verschiedene Märkte auf der linken Seite. Auf der X- und Y-Achse verschiedene Märkte. Und man hat dann im Endeffekt ein Beispiel, wenn man sich hier den Dow Jones nimmt und diesen von der Korrelation mal mit dem DAX vergleicht. Machen wir mal hier mit Farbe. Moment. Also, Dow Jones hier, geht jetzt hier mal rüber in Richtung DAX. Zack, DAX, guckt oben hier, das ist der DAX. Und man hat jetzt hier eine Korrelation, wohlgemerkt jetzt in diesem Fall auf dem 30-Minuten-Chart. Also hier wird wirklich der 30-Minuten-Chart von den Bewegungen her, die letzten 200 Kerzen, miteinander verglichen. Und man sieht hier, dass zum Beispiel der Dow Jones mit dem DAX und auch mit dem SMP eine relativ große Zahl hat. Und zwar in diesem Fall 95 und 97. Die Korrelationsmatrix geht nur bis 100. Und ich kann an dieser Stelle sagen, dass zum Beispiel 95 und 97 sehr, sehr hohe Zahlen sind. Ja, sprich, wenn zum Beispiel der Dow Jones, Moment, aufwärts läuft, ja, dann heißt das, dass gleichzeitig auch der DAX aufwärts laufen und der SMP aufwärts laufen. Zack. Also die laufen positiv korrelierend, die laufen gleich. Man gab zum Beispiel, oder man sah eine lange Zeit, das ist aktuell ein wenig aufgehoben, dass man zum Beispiel sagt, dass der Goldpreis negativ korrelierend zu den Indizes ist. Ja, sehen wir auch, dass wir hier zum, also Gold ist ja XAU US-Dollar, dass wir hier zum Dow Jones zwar eine negative Zahl haben, minus 68, zum DAX minus 69, zum SMP minus 65. Also wir haben schon eine negative Korrelation. Allerdings ist die mit Abstand nicht so hoch, wie zum Beispiel die positive Korrelation der Indizes an sich. Und es gibt Zeiten, auch Zeitebenen, wo es in der Tat so ist, wenn die Indizes steigen, dass im Endeffekt Gold fällt. Aber in den letzten Monaten, eigentlich Jahren, hat sich diese Korrelation eigentlich teilweise komplett aufgehoben. Zeitweise war es sogar so, dass die Indizes klar gestiegen sind, dass Gold gleichzeitig klar gestiegen ist. Also hier diese einst negative Korrelation, die jetzt aktuell zwar leicht negativ ist, aber auf jeden Fall hier man wirklich mit arger Vorsicht herangehen sollte. Als Beispiel, als charttechnisches Beispiel dafür, kann man sich mal vergangene Handelswoche die Goldbewegung anschauen, wie massiv Gold unter Druck gekommen ist, aber im Umkehrschluss die Indizes zwar gestiegen sind, aber mit Abstand nicht so stark wie Gold gefallen ist. Eigentlich hätte man hier sagen müssen, Gold ist stark unter Druck. Wir gehen mal die Indizes long mit dem Gedanken, jetzt müssten die Indizes auch stark steigen. Die sind zwar weiter nach oben, auch jetzt am Vormittag und über Nacht sind sie auch gestiegen, aber mit Abstand nicht so doll wie Gold im Endeffekt gefallen ist. Und mit dieser Korrelationsmatrix kann man mal anfangen, sich hier zu beschäftigen, um einfach auch mal die Verhaltensmuster des Marktes zu verstehen, eventuelle Korrelationen zu verstehen, oder aber was einem vielleicht teilweise als Bär aufgebunden wird, auch einfach mal zu kontrollieren. Denn ich kenne den einen oder anderen, der wirklich Strategien aufbaut auf Marktkorrelationen. Als Beispiel ist es aktuell natürlich definitiv eine realistische Überlegung. Auf dem 30 Minuten Chart ist das recht positiv, sollte eben zum Beispiel auch auf einem Stunden Chart recht positiv sein. Wenn wir uns dann hier wieder den US-Markt anschauen mit dem DAX, beziehungsweise mit dem S&P 500, den Dow Jones vergleichen. Also hier handele ich zum Beispiel, wenn ich sehe, dass der S&P vielleicht gerade wirklich an eine Long-Bewegung ausbaut und der Dow Jones noch so ein bisschen hadert, dass man dann im Daytrading zum Beispiel auch den Dow Jones kurzzeitig Long nimmt, weil einfach eine positive Korrelation da ist und manchmal der eine Markt dem anderen so ein bisschen hinterherhinkt oder eben auch der DAX, der vielleicht manchmal noch ein bisschen hängen bleibt, aber die US-Indizes stark nach oben gehen, dann kann man natürlich auch den DAX mal kaufen, nur aufgrund dessen, weil eben gerade starke Bewegungen in einem anderen korrelierenden Markt, positiv korrelierenden Markt gerade sehr, sehr stark stattfinden. Also hier kann man sich austoben. Da kann man natürlich auch ein Webinar an sich draus machen, wie man das handhabt, was man da beachten muss, was man nicht beachten muss, gerade was eben Korrelationen zwischen Währungen und so weiter im Prinzip bedeutet. Also ich wollte euch das nur mal zeigen, auch nochmal als Anregung geben, könnt euch gerne mal mit beschäftigen. Man kann diese Handelsliste auch schlussendlich dann erweitern. Man kann hier auf diesen Punkt dann im Endeffekt weitere Märkte hinzufügen oder im Endeffekt dann eben auch löschen. Zack, jetzt haben wir Gold gerade rausgenommen oder Silber war es, glaube ich, was wir rausgenommen haben. Jetzt kann man hier auf hinzufügen gehen. Müsste hier dann eben, zack, US-Dollar ist ja Silber, kann man hier wieder hinzufügen und dann hat man hier Silber quasi wieder mit drin. Also man kann hier löschen und hinzufügen und da würde sich entsprechend hier diese Tabelle nach oben und nach rechts im Endeffekt oder nach unten und nach rechts erweitern und man kann hier wirklich alles miteinander vergleichen. Entsprechend auch auf den verschiedenen Zeitebenen und dann hier im Endeffekt dann auch die Kerzenlänge im Endeffekt dann noch verändern. Und man kann hier sogar noch Hervorhebungen machen. Das habe ich selbst noch nie gemacht, aber man sieht jetzt hier, dass man starke positive Korrelationen hervorhebt, dass man schwach oder keine hervorhebt. Habe ich selbst noch nie gemacht. Ich lasse hier immer keine Hervorhebungen und kann das eben dann auch trotzdem mit dem Auge auswerten. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich konnte euch hoffentlich rechts und links mal so ein paar Gedanken und Handhabungen meinerseits des Metatraders erklären. Mal schauen in dem nächsten Add-on-Webinar, was wir da thematisch abgreifen werden. Vielleicht schnappen wir uns mal wirklich noch mal die ganzen Orderarten in Zusammenhang mit dem Mini-Terminal, dass wir hier wirklich noch mal daran arbeiten und noch mal so ein paar Fallstricke durchgehen. Alles auch, was mit der Positionsgröße zusammenhängt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch auf jeden Fall Good Trades und Mega Trading und wünsche euch nur das Beste. Wenn ihr weitere Fragen habt, meine E-Mail-Adresse steht noch aktuell im Chat und gerade was das betrifft bezüglich der Aktien, werde ich mich hier mal kümmern und wenn hier eine Frage diesbezüglich als Mail kommt, werde ich da entsprechend natürlich antworten. In diesem Sinne euch einen wunderbaren Nachmittag. Bis zu den nächsten Livestreams. Euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.